Warum ist eine Frauen-Männer-Freundschaft oft schwer, beziehungsweise mit Hintergedanken? Boah. Boah, na dit beantworte jetzt mal politisch korrekt, mein Freund und Kupferstecher. Jetzt sind die Leute hier, die wollen die Welt brennen sehen. Die wollen wissen, wie du jetzt darüber redest, dass du den Pömmel nicht im Zaun halten kannst. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Warum es oft mit Hintergedanken ist? Tja, also ich glaube, warum Hintergedanken entstehen, aufgrund von biologisch veranlagter sexueller Anziehung. Also es ist ja jetzt egal, ob das eine Frau eine Männerfreundschaft ist oder eine Männerfreundschaft zwischen zwei Schwulen oder zwei Lesben oder so. Die können ja auch Hintergedanken haben. Also finde ich, jetzt kann man jetzt erstmal per se nicht auf Mann und Frau runter reduzieren, oder? Also es gibt ja auch bestimmt bei schwulen Männern genau das gleiche Problem. Dass man entweder befreundet ist oder das halt klappt oder nicht. 100 Prozent. Tja, warum ist das so? Warum ist das eigentlich immer so schlimm? Tatsächlich würde ich gerade auf den Punkt hinaus, weil die dachte ich so, okay. Ist das denn verboten, in einer Freundschaft Sex zu haben? Also ein Jahr, wenn man halt einen Partner hat schon. Ne, ja, na stopp mal, stopp mal. Mal ganz kurz, schlimme These. Ja, ja, ja. Ich muss stellen nochmal kurz die Frage und dann beantworten sie. Ist es denn verboten, in einer Freundschaft Sex zu haben? Nein. Nö. Warum ist es problematisch, in einer Freundschaft Sex zu haben? Ja. Könnte sein, weil dann irgendwie irgendwann dann doch emotionale Belohnen. Gefühle entstehen bei einem. Und die könnten im Nachhinein für Probleme zu Problemen führen. So, ich glaube, das ist eher das Problem an dem Problem, an dem Sex. Ich glaube, das Problem, was ich, also, jetzt traue ich mich mal, mich in die Frauenwelt hinein zu versetzen. Und bitte korrigiert mich, ne? Alles mit Liebe gemeint. Wahrscheinlich wird es schon so sein, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt von einem, nehmen wir mal jetzt ein Hetero-Beispiel, Mann und Frau. Wahrscheinlich wird es schon oft sein, dass die Frau sich nichts denkt und nichts will und alles auf freundschaftlicher Basis funktioniert. Aber dann doch eher die Herren denken, oh, wenn die jetzt das Handtuch fallen lässt, wäre er am Start. So, und darauf zählt ja die Frage irgendwie dann doch ab, oder? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Thema, worüber sich dann die Leute Gedanken machen. Aber deswegen ist so die Frage, ob Frauen und Männer miteinander befreundet sein können, ja, natürlich so. Und auch ohne Sex und ohne Hintergedanken, das funktioniert schon. Die Frage ist halt nur irgendwie so ein bisschen, gerade bei Jüngeren, bei Älteren kann man halt darüber sprechen. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Frau befreundet bin oder so, dann kann man das ja irgendwie vernünftig klarstellen. Egal wen, kann ja auch mal andersrum sein, muss man ja auch dazu sagen. Auch die Frau kann Hintergedanken haben und der Mann nicht. So, und dann kann man ja irgendwie da mal drüber sprechen. So, aber in einer jüngeren, keine Ahnung, Teenagern und so, ich weiß nicht, ich hatte immer irgendwie beste Freundinnen und sowas, gute Freundinnen und so und auch heute noch. Also deshalb kann ich auch ganz klar sagen, dass das funktioniert. Aber, ähm, klar, wenn du so 20 bist oder 15 bist oder sowas, dann ist das natürlich nochmal schwieriger, weil dann fühlt man ja, haben wir ja gerade selber festgestellt, nicht immer so ganz reife Gespräche, weil man ja noch nicht reif ist. Und das ist dann schwerer. Aber, wie findest du denn, kannst du mit Frauen befreundet sein, ohne dass du da sexuell aktiv werden möchtest? Ja. Ja. Ne? Aber es ist tatsächlich eine Sache des Alltags, muss ich sagen. Also ist dir früher schwerer gefallen? Ja. Lass mich überlegen. Da muss ich aber gestehen, die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, ja. Ich überlege gerade. Also ich überlege jetzt nicht gerade bei mir, aber ich überlege gerade nochmal so dieses, warum ist das ein Problem? Warum kann das ein Problem werden? Ist das schlimm? Ist das nicht gut? Wo kommen die Hintergedanken her? Ist das dann doch ein Problem, was, was irgendwie auf, auf, auf der eher männlichen Seite herrührt? Ja, das ist nicht mal so unbedingt wahrscheinlich. Da hängt gerade noch so ein bisschen fest, so. Weil, also vielleicht, ähm, vielleicht ist das auch irgendwie sozialisierungsmäßig herleitbar, dass Männer sich eher auch bereit fühlen, irgendwie auf eine sexuelle Ebene zu gehen oder so. Oder vielleicht Männer das klarer signalisieren. Wie ihr sagt, Sozialisierung, das verändert sich ja gerade alles so ein bisschen. Gerade in jüngeren Generationen verändert sich das. Und da haben wir natürlich keine Einblicke. Ich kann jetzt nur aus meiner Boomer-Perspektive hier sprechen. Aber ich hoffe, dass das geht. Ich hoffe, dass sich das entwickelt. Und ich hoffe natürlich auch, dass ganz klar ist, wenn die eine Partei nicht möchte, dann hat die andere Partei auch akzeptiert. Und deswegen sage ich, ein guter Gespräch macht da vielleicht dann Sinn.